Die Jettenbacher Brücke, the Bridge of Jettenbach. Schauen wir mal die Graffiti-Kunst unserer lieben Menschen, die hier ihr Abdruck hinterlassen haben, also, naja, hmm, das ist ja eindeutig, russisch, schweine, fuck, furchtbar, furchtbar, muss das sein, muss das sein, diese Brücke hier wurde gebaut von einem berühmten Ingenieur, ich glaube, der heißt Angela Merkel, die Brücke des Schweigens. Das ist ja, ich glaube, der ist ja, ich glaube, der ist ja, ich glaube, der ist ja, ich will sagen, dass die Leute, die diesen Gespräch hier tätig, die in diesem Bild, die, für immer noch einen Erinnerung von ihnen, Ich finde die FG, Ich glaube aus den Leuten sind Maler geworden, Lackierer oder sowas ähnliches. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin nie auf die Idee gekommen sowas zu machen. Ah, schöne Aussicht. Eine schöne Brücke. Massiv. Wunderbar, herrlich. Geht es da nach Mühldorf? Hm? Normalerweise schon. Oder nicht? Nein. Nein, nein. Da geht es nach Mühldorf. Da geht es nach Mühldorf. Oh, sole mio. Oh, sole mio. Oh, sole mio. Oh, sole mio. Hier, halt sie. Sie läuft. Die Finger nicht hier drauf, weil hier geht es ein und aus. So, nun frage ich mich. Kann es sein, dass niemand das Geheimnis der Moneten weist? Ja. Ja. Wo sind die Moneten? Für diejenigen, die den Film anschauen, die sollen sich ins Gewisse reinreden. Ich werde nicht ruhen. Ich werde nicht ruhen. Ich kann nicht ruhen. Moment mal. Zeig den lieben Leuten meine Schuhe. Meine schöne Schuhe. Na, hier kann man es genau sehen. Ähm. So. Ich kann mir keine Schuhe leisten. Weil die Moneten. Wo sind die Moneten? Schau. Ah. Obwohl, man muss ja dazu sagen. Schöne Socken, blaue Socken. Das blaue Socken. Und das sind schwarze Socken. Und warum? Wieder hoch für die Kamera. Warum habe ich blaue Socken und schwarze Socken? Warum? Weil ich keine Kohle habe. Weil ich brauche die Kohle von den Moneten. Ich brauche die Moneten. Ich will die Moneten. Ich brauche die Moneten. Ich will die Moneten. Ich will die Moneten. Wie viele Minuten sind schon drauf? Sieht man das? Die Power. Ist die Power. Schleisiger, schöne Grüße an dir und deine Kundschaft. Jetzt wollte ich dir eigentlich schon immer sagen. Es ist mir manchmal peinlich. Ich traue mir fast nicht mehr reinzukommen bei dir. Ich fühle mich so beobachtet. Wenn ich reinkomme und alle schauen sie mich an, als ob ich von anderem Stern wäre. Aber ich bin nicht von anderem Stern. Aber ich möchte mal mit der Angela Merkel mal Kaffee bringen. Ich möchte mal mit der Angela Merkel. Ich möchte mal mit der Angela Merkel hier. Mit der Angela Merkel. Ich möchte sie versenken. Der Hals umdrehen. Nein, das werde ich nicht. Aber ich möchte gerne mit Seehofer, mit Beckstein, mit Huber, mit diesen Politiker, die mit unserem Geld umgehen, als ob es ihr eigenes wäre. Und ich muss dafür schwer arbeiten. Und ich muss dafür schwer arbeiten. Und ich muss dafür schwer arbeiten. Der Schatz am Silbersee, da ist er. Nein, das ist kein Schatz. Das ist ein versunkenes Auto. Hahahaha. Oder wie im Beispiel Rommel. Der Wüstenfuchs im Zweiten Weltkrieg. Wo seine Armee zu seiner Panzarmee gesagt hat. Ich werde das schon hinrufen. Da vorne ist unser Feind. Die Engländer. Und da unsere Freunde, die Italiener. Nein, jetzt sind sie nicht mehr unsere Freunde. Sie haben uns ja verraten. Wer ist denn da? Die Angela Merkel. Wer ist denn da? Oh, seit wann gibt es eigentlich im Inkanal der U-Boot? Was hat der U-Boot im Inkanal zu tun? Obwohl, ich müsste es meinem Ding sagen. Nun, wie viel bitte du sie noch drauf? Noch eine Minute. Ja, la fanculo. Parla mi d'amore. Mariu. Mariu. De la schiapero. So la tu la fanculo. Ich würde ein gutes Bild abgeben, Hollywood. Was? Was? So, als Nebenroder. Der Killer. Der Inkanalkiller. An alle Frauen auf dieser Welt. Ich bin doch zu hart. Aber ich sage es schon mal gleich im Voraus. Bei 10 Minuten musst du ausmachen, das weißt du ja. Ich sage es schon mal im Voraus. Ich brauche Kohle. Nicht viel, weil ich mir etwas aufbaue und zwar eine Existenz mit dir. Ich möchte mir eine Existenz aufbauen. Schlitt! Schäu. 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 Untrück!